Mist, ich hab... Scheiße, ich hab die Schiene noch drauf. Ein Spiel noch haben wir schon. Oh, das bist du. Alter. Hey, schießt du auf mich? Na, na, na. Ja. Ja. Ah, mich hat er, aber er ist gehatet. Kannst ihn pushen. Einen hab ich noch umgelegt. Mal wieder zu. Ey, ich kenne die Blutung mit dem IFAG-Stutz. Es sind von den 300 Aufladungen nicht mehr viel übrig. Ja. So ist es. Kriegst du dich? Ich hab ihn. Hast du ihn? Ja. Ich muss mich wieder flicken. Ui, schnell, 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 schnell. Er hat mir einen Thorax zerschlossen. Ui, 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 das war knapp. Okay. Mach mal die Tür zu. Okay, sehr gut. Brauchst du noch was zum Heil? Nö, danke. Nö, danke. Ich war gern bestens versorgt. Er war des Lebens übertrüssig, wenn er hier reingerannt ist mit seiner Mosin an. Alter, hier liegt einfach nahe da. Und schon sind wir wieder bestens ausgestattet. Level 39. Oh, er hatte viel vor. Er hatte viel vor. Gott hab ihn selig. Ich geh durch den Durchbruch hier. Brauchst du? Eine Etage tiefer. Brauchst du noch irgendwas? Nö, ich brauch gar nichts. Damit er hinterher kommt. Was können denn Skefs sein, glaube ich? Was ich nicht nach Skefs an? Nee. Ja, das Maus ist tot. Da kommt noch ein nächster. Du stopfst auf Holz? Ja. Nein. Ja kurz. Okay. Jetzt nicht mehr. Alter, dass Skefs hier geschickte Tür aufgemacht hat. Achtung, kommt was gelaufen. Er liegt. Oh, okay. Er liegt, er liegt. Okay. Ich hab bloß vorne was an der Tür gesehen. Ja, ja. Flaschetti-like. Sehr schönes Ding. Warte. Da ist noch einer. Jetzt weiß ich nicht, ist das ein Schwierer oder? Machst du mal die Tür auf der anderen Seite zu? Bitte. Und solange wieder einer läuft. Okay, dann guck ich zu. Ach so, das bist du. Warte. Ja, ja, ja. Weil wenn ich rausgucke, dann habe ich beide Seiten offen. Okay, ich hab zugemacht. Level 26. Oh. Er hat mir mein UMP wieder gebracht. So sehr liebensäglich. Ups, was war das? Skef, mach dir wieder die Tür auf, Alter. Alter. Mist, da war der noch. Oh, ich dachte, der war schon weiter drüben. Naja. Einen haben wir. Haha. Geil. Einen haben wir erledigt. Äh. Puh. Ich schau mal, ich guck das. Aber du musst dir, dass ich gucke. Du musst dir, dass ich gucke. Du musst dir, dass... ... ... ... ... Das war's für heute. Oh, nicht im Office-Bereich. Oh, nicht im Office-Bereich. Achso. Drei blauen Laser. Alberschwer. Oh, nicht im Office-Bereich. 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 Ah, gut. Oh, hat Spaß gemacht. So, Leute, Daumen drücken. Ein Spieler noch. Im Office-Bereich. Nein! Alter, später. Alter, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Nein, schießt, 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 schießt. Alter. So. Geil, dass er abgebrochen hat. Alter, wie habe ich das hingekriegt? Wie habe ich das hingekriegt? Frag mich nicht. Frag mich nicht nach Sonnenschein. Was? Was? Amtou, grüß dich. Yes Sir, Quest erledigt. Amtou, grüß dich. Amtou. Amtou, grüß dich.